Diese Mini-Kamera ist von einem herkömmlichen USB-Stick äußerlich kaum zu unterscheiden. Das Gerät zeichnet Videos, Fotos und Ton auf. Legen Sie vor dem Start der Kamera eine Speicherkarte ein. Starten Sie die Kamera mit einem langen Knopfdruck auf die Power-Taste. Ein kurzer Druck auf die Foto-Video-Taste und das Gerät nimmt ein Foto auf. Die LED zeigt die Fotoaufnahme an. Ein längerer Druck auf die gleiche Taste und eine Videoaufnahme startet. Mit einem kurzen Druck auf die Power-Taste startet eine reine Tonaufnahme. Auf der anderen Seite befindet sich noch eine Taste. Wird diese gedrückt, startet die Bewegungserkennung. Bewegt sich nun, wie in diesem Beispiel etwas vor der Kamera, startet die Videoaufnahme automatisch. Sie sehen nun eine Original-Videoaufnahme der Kamera. Jetzt sehen Sie zwei Fotoaufnahmen der Kamera. Erwerben Sie die USB-Stick-Kamera auf www.alarm.de